Genießen Sie gepflegte Gastlichkeit im Berggasthof Wittow in Immendingen. Im Panorama-Restaurant mit Blick auf Alpen, Bodensee und Oberschwaben verwöhnen wir Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten. Unsere großzügigen Komfortzimmer mit Arbeitsbereich bieten das perfekte Zuhause auf Zeit und mit unserer Scheune bieten wir eine außergewöhnliche Location für Ihre Konferenzen, Feiern und Events. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020